Vielleicht erinnern Sie sich noch, 2002 lief der Ulmer Bernd Hummel die Donau entlang, von der Mündung in Rumänien bis nach Ulm. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich der Donauläufer eine neue Herausforderung gesucht. Morgen früh am Mittwoch startet sein Abenteuer am Norddeich in Ostfriesland. Mit dem Fahrrad geht es durch ganz Deutschland und weil das noch nicht reicht, geht es auch noch drei Berge hoch. Die Zugspitze, den Großglockner und den Triglav in Slowenien. Bernd Hummel, warum tut man sich sowas an? Warum die ganze Schinderei? Die Idee ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt und vor einem Dreivierteljahr ist mir bewusst geworden, dass ich dann im Jahr drauf, also dieses Jahr, 60 Jahre alt werde. Und dass das doch eine Zahl ist, die mir irgendwie zu denken gibt. Und um eine Endlife-Crisis vorzubeugen, habe ich mir überlegt, was mache ich, was tue ich, was kann ich mir als Ziel selber vorgeben und bin dann auf diese Idee gekommen. 1.500 Kilometer und rund 25.000 Höhenmeter will Hummel bis zum 10. August abspulen. Da der 60-Jährige fit ist wie der berühmte Turnschuh, musste er sich nicht extrem quälen. Jeden Tag was machen, dann klappt das schon, ist Hummels Motto. Dieses Ziel habe ich mir auch ausgesucht, deshalb, dass ich während des Jahres bis jetzt Motivation und Ziel habe, etwas zu tun. Also so oft wie möglich aufs Rad zu gehen, so oft wie möglich in die Berge zu gehen und das hat auch geklappt. Zwar nicht so oft, wie ich mir das vorgestellt habe, aber doch oft genug und ich denke, das reicht. Die ganze Tour steht uns in dem Motto 60 drüber und drunter. Und das kam so. Ich wollte einen schlagkräftigen Namen für die ganze Aktion. Von der Nordsee ins Mittelmeer oder 1.500 Meter auf dem Rad. Alles abgelutscht, dachte ich mir. Und als Jugendlicher hatte ich ein Buch zu Hause im Regal stehen von Hermann Buhl, dem Erstbesteiger des Nanga Parbat. Dieses Buch ist 8.000 Meter drüber und drunter. Und dieses Buch habe ich drei, vier, fünf Mal durchgelesen, weil mich dieser Typ einfach begeistert hat und was er da geschrieben hat. Wollte immer auf einen 8.000er, hat nicht ganz gelangt. Aber es hat gelangt, 60 zu werden und deswegen 60 drüber und drunter. Auch ein Absteher in seiner Heimatstadt Ulm ist vorgesehen. Ich komme ja dann am Samstag, den 30., also nach vier Tagen, schon hier in Ulm an. Gibt es einen großen, oder groß, hoffe ich das große, also auf jeden Fall einen Empfang auf dem Münsterplatz. Um 15 Uhr, wer dazu kommen will, ist herzlich dazu eingeladen. Es gibt was zu trinken und es gibt was zu erzählen. Und dann geht es weiter Richtung Berge, noch einen Tag bis Garmisch. Und dort treffe ich mich mit Freunden, die mir meine ganze Bergausrüstung nachbringen oder dorthin bringen. Danach geht es weiter in die Berge, rauf auf die Gipfel. Es geht erstmal auf die Zugspitze und zwar auf keinen leichten Wegen, dann den Jubiläumsgrad hinlang bis zur Alpspitze rüber, den will ich schon seit Jugendlicher machen und erfüllen wir das jetzt auch. Und dann geht es weiter mit dem Rad Richtung Österreich und Großglockner und auch da gehen dann meine zwei Kumpels, meine zwei Freunde mit und karren mir meine Bergsachen hinterher. Denn die auf dem Rad mitzunehmen, das wäre zu viel des Guten gewesen. Wer so viel leistet, der kann natürlich auch einiges essen. Ein Kostverächter ist Bernd Hummel nicht, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Naja, kein Gramm Fett stimmt vielleicht nicht, das sieht nur so aus, aber ich werde schon jeden Tag schwach. Also ich trinke schon meine zwei, drei Bier am Abend und esse auch gerne eine Sanetorte am Nachmittag. Aber irgendwie habe ich das Glück, dass es nicht anschlägt. Doch zurück zur Tour nach Österreich geht es weiter nach Slowenien und Italien. Also nachdem ich am 30. hier in Ulm bin oder war, bin ich dann, wenn alles gut läuft, am 10. August in Triest. Dort ist dann Ende. Dann noch ein bisschen Italien, noch eine Woche Urlaub da unten, wird von meiner Familie dort unten abgeholt. Eine Woche Urlaub in Slowenien und dann kommen wir wieder zurück und dann geht es mit dem Einstein-Marathon in die Vollen. Auf seiner Tour wird Hummel auch Klimaschutzprojekte unterstützen. Dafür hat er sich extra Partner gesucht. Ich rade ja nicht nur durch Deutschland, Österreich und Slowenien einfach so zum Spaß. Klar zum Spaß, aber ich habe mir gedacht, sollen andere auch was davon haben und unterstütze Klimaprojekte entlang der Strecke, die ich mir auch gesucht habe. Und mit dieser Idee, Klimaprojekte zu unterstützen, bin ich dann auf Sponsoren zugegangen und habe überall offene Türen eingerannt. Das war Beurer zum Beispiel als Hauptsponsor, die WMF BKK in Geislingen oder Avia Bandli und Häusler Aktiv, die in Söflingen draußen ihren Laden haben oder Newtag in Pfaffenhofen. Diese ganzen Firmen haben mich mit Geld unterstützt und dieses Geld gebe ich einfach weiter an diese Klimaprojekte. Und somit habe nicht nur ich was von dieser ganzen Tour, sondern ich hoffe auch die Umwelt. Und das sind tolle Projekte, die sich Hummel ausgesucht hat. Also das Erste und das, was mir eigentlich auch mit am besten gefällt, ist ein Klimaerlebnispfad am Großglockner, unterhalb des Großglockners, auch für behinderten Menschen zugänglich zu machen. Also auch für Rollstuhlfahrer. Und dieser Umbau dieses Klimaprojektes, wo die Klimaerwärmung der Alpen auch dokumentiert wird, für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen, das ist ein Projekt, das ich unterstützen werde. Oder ansonsten ist es zum Beispiel eine Streuobstwiese in Garmisch, in der Nähe von Garmisch, die ich zusammen mit der Gemeinde Bad Bayer-Säulen aufbaue. Oder Blühwiesen hier in Blaustein und in Ulm, das sind so Dinge, die einem dann so zufliegen. Respekt vor so viel Engagement und Tatendrang und vor allem viel Erfolg, Bernd Hummel aus Ulm. Das war's für heute. Ich bin Harry Kist, Nachrichtenchef von Donau3FM. Einen schönen Tag noch und bis bald.